Hallo und herzlich willkommen bei Forstopia, deinem Host für deutschsprachigen Forst-Linux-Content hier auf YouTube. Linux Mint 22 wurde veröffentlicht. Mit dieser neuen Generation zieht der Ubuntu 24.04 LTS Stack in die neue Linux Mint Distro ein. Das heißt Modernisierungen, neue Pakete und Apps. Wir schauen uns Linux Mint 22 mit Cinnamon Desktop an und ich gebe dir in diesem Briefing einen genauen Überblick mit allem, was du wissen musst. Bereit? Dann lass uns loslegen. Wenn es um eine der besten Desktop-Linux-Distros geht, die einsteigerfreundlich und im Alltag einfach der zuverlässige Begleiter ist, dann kommt man einfach nicht um Linux Mint herum. Klar, die Distro konzentriert sich seit Jahren ausschließlich auf den Linux-Desktop und verbessert sich von Version zu Version kontinuierlich. Die Basis der regulären Linux Mint Edition ist Ubuntu LTS, in dem Fall Ubuntu 24.04, was im April 2024 von Canonical veröffentlicht wurde. Interessierst du dich auch für Ubuntu 24.04, dann schau dir gerne den Link unten in der Beschreibung an. Da kommst du zu meinem ausführlichen Test von Ubuntu 24.04. Doch kommen wir zurück zu Linux Mint 2.20. Diese Ausgabe kommt mit dem hauseigenen Cinnamon Desktop. Dieser wird direkt vom Linux Mint Team entwickelt und stellt die Flaggschiff-Edition dar. Jede Linux Mint Ausgabe bekommt einen Codenamen und der von Version 22 lautet Wilma. Auf Linux Mint 22 werden drei weitere Point Releases folgen. Linux Mint 22.1 wird gegen Weihnachten 24 erwartet, Linux Mint 22.2 wird im Sommer 25 erwartet und Linux Mint 22.3 wird als Geschenk und am Weihnachtsbaum im Dezember 2025 erwartet. Das sind die groben Eckpunkte auf Basis der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Abweichungen können natürlich vorkommen. Linux Mint 22 ist somit die Hauptversion auf Ubuntu 24.04 Basis. Die drei eben genannten Point Releases bleiben auf der Ubuntu LTS 24.04 Basis, bringen aber jeweils eine neue Cinnamon-Version und diverse kleinere Verbesserungen und Neuerungen, die wir jetzt aber noch nicht absehen können. Insgesamt wird Linux Mint 22 als LTS-Version knapp 5 Jahre LTS-Support durch den Ubuntu-Unterbau erhalten, also bis 2029. Das gilt für alle Versionen der 22er-Generationen. Man muss also nicht auf die Point Releases zwingend wechseln, sondern kann auf der jeweiligen Version wie zum Beispiel 22 bleiben, wenn auch gleich mir jetzt keine guten Gründe einfallen, warum man das tun sollte. Aber es geht. Werfen wir einen Blick auf die technischen Eckpunkte. Als LTS-Version kommt Linux Mint stets mit statischen Software-Versionen stand. Heißt, es gibt vordergründig nur Sicherheitsaktualisierungen mit Ausnahmen wie der Cinnamon Desktop, die hauseigenen X-Apps, sowie Firefox und Thunderbird, was das Linux Mint Team mittlerweile eigenverantwortlich für seine Distro packt. Als Paketverwaltung kommt APT zum Einsatz, um die Debian-Pakete zu verwalten. Obendrauf werden Flatback-Software-Container unterstützt. Die Performance-Werte sehen wie folgt aus. Mein frisch installiertes System belegte 7,1 Gigabyte von der Platte. Der Bedarf an Arbeitsspeicher lag bei einem Gigabyte im Leerlauf direkt nach dem Start. Insgesamt sind 1931 Debian-Pakete vorinstalliert. Flatback-Container sind keine vorinstalliert. Linux Mint hat nur eine Zielgruppe. Alle, die den Linux Desktop nutzen. Es ist also völlig egal, ob du Einsteiger, Windows-Umsteiger, Entwickler, Power-User, Unternehmer oder einfach Privatanwender bist. Linux Mint ist dein treuer Begleiter, der in allen Kategorien zu überzeugen weiß. Schauen wir uns die Neuerungen an, die Linux Mint 22 Wilma im Gepäck hat. Erstens, bessere Sprachunterstützung. Optimierte Installation der Sprachpakete, die weniger Festplattenspeicher benötigen. Vorinstallierte Sprachpakete für mehrere Sprachen einschließlich Deutsch, Italienisch, Englisch und mehr. Zweitens, Unterstützung für neue Technologien. Modernisierte Komponenten mit dem Ubuntu 24.04 Unterbau. Kernel-Version 6.8 und Unterstützung für Hardware-Enablement-Serie. Umstellung auf Pipewire als Standard-Sound-Server. Drittens, beliebte Funktionen. Thunderbird bleibt als natives Debian-Paket verfügbar. Einführung von Gnome Online-Accounts GDK als eigene App zur Unterstützung von Online-Konten in verschiedenen Desktop-Umgebungen. Rückstufung bzw. Rückportierung bestimmter Gnome-Anwendungen auf GDK3-Versionen zur Beibehaltung der Theme-Unterstützung. Viertens, Software-Manager. Schnelleres Laden und neue Benutzeroberfläche mit verbesserten Multithreading-Funktionen. Bessere Sicherheit. Unbestätigte Flatpacks sind standardmäßig deaktiviert und klar gekennzeichnet. Es werden im Umkehrschluss nur verifizierte Entwickler-Apps angezeigt. Fünftens, Umstellung auf Matrix. Umstellung auf das Matrix-Chat-Netzwerk anstelle von HexChat für moderne Kommunikation. Siebtens, Cinnamon 6.2. Neuer Layout-Editor für Nemo-Aktionen. Zahlreiche Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Punkt acht, weitere Verbesserungen. Neue Funktionen und Anpassungen in verschiedenen Anwendungen wie Sticky Notes und XET Text Editor. Verbesserungen in der High-DPI-Unterstützung und der Boot-Sequenz. Neuntens, Artwork-Verbesserungen. Neue Sammlung von Hintergrundbildern, wie immer. Linux Mint 22 bringt zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen, die das Benutzererlebnis weiter optimieren und die Kompatibilität mit moderner Hardware gewährleisten. Für weitere Informationen besucht die offizielle Webseite von Linux Mint. Ich mache es an der Stelle kurz. Wenn du bei Linux Mint einsteigen willst, dann empfehle ich dir mein Video zu Linux Mint im Rahmen der Serie Wechsel zu Linux. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir gehen hier jetzt weiter zum Desktop. Zum Zeitpunkt der Beitragserstellung wurde Cinnamon 6.2.7 bereitgestellt. Wenn du zum späteren Zeitpunkt auf Linux Mint 22 wechselst, kann es gut möglich sein, da schon eine neuere Version ausgerollt wurde. Der Cinnamon Desktop von Linux Mint bietet eine moderne und benutzerfreundliche Umgebung, die speziell für Komfort und Effizienz am Desktop entwickelt wurde. Es kombiniert ein klassisches Desktop-Layout mit fortschrittlichen Funktionen und einer ansprechenden Optik. Mit Cinnamon erhalten Benutzer eine leicht anpassbare Oberfläche, die schnelle Zugänglichkeit zu Anwendungen und Einstellungen ermöglicht. Zu den signifikanten Merkmalen gehören ein übersichtliches Startmenü, verbesserte Multi-Threading-Funktionen und zahlreiche Anpassungsoptionen, die den Desktop nach individuellen Bedürfnissen gestalten lassen. Kommst du aus der Windows-Welt, musst du für den Cinnamon Desktop jetzt nicht großartig umdenken oder umlernen. Die Umgebung wird dir weitgehend vertraut vorkommen. Das ist beabsichtigt. Kommen wir zur vorinstallierten Software. Wir haben Linux-Könnel 6.8, als Browser ist Firefox vorinstalliert, als E-Mail-Client haben wir Thunderbird und als Office-Paket ist LibreOffice mit dabei, als Software-Container wird Flatpak angeboten. Als Desktop-Distro liefert Linux Mint auch ein Software-Paket für den Desktop aus. Wer es lieber möglichst schlank mag und sich alles selbst aussucht, wird hier wahrscheinlich nicht voll auf seine Kosten kommen. Wer aber eine vernünftige Vorauswahl an Software für den Desktop benötigt oder erwartet, bekommt alles Nötige bereitgestellt. Von Dokumentenscanner bis hin zu Musik- oder Videoplayern, über Mail-Client bis hin zu Office, alles ist dabei. Auch gibt es mit den X-Apps eigene Apps, wie zum Beispiel XET, dem Texteditor, der Web-App-Manager, mit dem ihr Webseiten wie Apps einbinden könnt, oder auch die neue Cloud-Konten-App sei hier mal erwähnt. Linux Mint liefert ein umfangreiches Angebot mit, ohne dabei mit unnötigem Schrott überfüllt zu sein. In meinen Augen eine sehr gute und sorgsam zusammengestellte Auswahl an Software. Cinnamon Desktop ist eine Abwandlung, auch vorgenannt, von GNOME und folgt weitgehend den traditionellen GDK3-Design-Richtlinien. Die GDK4- und Lib-Advider-Design-Richtlinien von GNOME bringen umfassende Veränderungen, die bei Inkompatibilität zu visuellen Unstimmigkeiten und potenziellen Funktionsproblemen führen können, da die Designs und Verhaltensweisen nicht einheitlich sind. Da GNOME sich immer mehr von benutzerdefinierten CSS-Designs in Apps verabschiedete und seine GNOME-Apps auf GDK4- und Lib-Advider umstellt, sehen sich Desktops wie Linux Mint, aber auch andere, wie z.B. Mate, sich zunehmend mit Problemen konfrontiert. Mint versucht, eine konsistente Benutzererfahrung zu bieten und mit dem Rückportieren mancher GNOME-Apps dem zu begegnen. Aber das dürfte nur ein Spiel auf Zeit sein, denn der Aufwand dürfte immer größer werden, wie weiter GNOME sich entwickelt. Die Fork-Desktops müssen sich anpassen oder sich etwas Neues einfallen lassen. Das ist jetzt heute noch nicht so das große Problem, aber perspektivisch wird das eine Thematik sein, der sich das Linux Mint-Projekt stellen muss, wie auch die anderen Desktop-Teams natürlich auch. Nun kann man sich natürlich die Frage als Neuling stellen, schön und gut, aber wie und wo mache ich nun den Einstieg? Wo fange ich an? Was muss ich tun? Was muss ich beachten? Genau dafür habe ich einen Kurs, Linux Bootcamp, der Umstieg in zwei Stunden gelauncht. Der behandelt den Wechsel zu Linux auf Basis von Linux Mint, also absolut passgenau. Wenn du den Umstieg lieber geführt machen möchtest, der Link zu meinem Kurs ist unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Fazit. Linux Mint 22 ist eine tolle Version, die ohne großartige Neuerungen am Desktop kommt. Denn die größte Neuerung ist der Ubuntu 24.04 Stack als Unterbau. Cinnamon 6.2 beschränkt sich mehr auf kleinere Verbesserungen. Das größte Feature wäre vielleicht die Online-Konten-App, die jetzt als eigene App bei Mint debütiert. So mancher könnte also sagen, das ist langweilig. Ist das schlimm? Meiner Meinung nach nicht. Denn Cinnamon Desktop ist ein sehr konservativer, aber zeitgleich auch extrem ausgereifter Desktop. Ein Arbeitstier und genau das soll er auch sein. Wenn du jetzt Linux Mint in der 21er Generation nutzt, egal welche Version davon, dann wird Linux Mint 22 für dich eine gepflegte Aktualisierung, die deinen Desktop, deinen Arbeitsalltag usw. nicht auf den Kopf stellen wird. Ich würde mit dem Upgrade aber dennoch ein paar Wochen warten. Vor Ende August würde ich dir nicht empfehlen, das Upgrade zu machen. Warum? Weil es immer wieder vorkommt, dass wenn die Massen auf das Upgrade losgelassen werden, auf einmal Fehlerteufel auffallen, die dann behoben werden wollen. Wenn du das mitnehmen möchtest, bitteschön, leg los mit dem Upgrade. Falls nicht, rate ich dir zu etwas Geduld. Die Features und Neuerungen am Desktop von Linux Mint 22 sind echt überschaubar. Heißt, du wirst, wenn du jetzt noch ein paar Wochen mit Linux Mint 21.3 arbeitest, daran nicht zugrunde gehen. Im Gegenteil, Linux Mint wird in der gesamten 21er Serie bis 2027 Sicherheitsaktualisierungen erhalten. Es ist also absolut kein dringender Handlungsbedarf, das Upgrade frühzeitig durchzuführen. Insgesamt eine tolle und an manchen Stellen vielleicht etwas langweilige neue Version. Das ist auch nicht negativ gemeint. Die Distro ist ein Arbeitstier am Desktop und genau diesem Anspruch wird man mit dieser Version vollumfänglich gerecht. Wie sehen deine Eindrücke zu Linux Mint 22 aus? Schildere sie uns gerne in den Kommentaren. Schreibe auch gerne rein, wann du das Upgrade magst oder wie bei dir das Upgrade lief, wenn du es schon hinter dir hast. Zum späteren Zeitpunkt plane ich ein Follow-Up-Video, wie sich Linux Mint 22 nach einigen Monaten in der Praxis schlug. Seid also gespannt. Ein Kanalabo lohnt sich jetzt schon, um dran zu bleiben. Gerne auch den Daumen hoch für den Algorithmus und die Glocke drücken. Dann bekommst du immer sofort Infos, wenn es was Neues gibt. Falls du Bock auf mehr hast, in der Endcard kommen gleich noch zwei weitere spannende Videos. Mein Danke draus für die freundliche Aufmerksamkeit. Vielen Dank an alle Kanalabonnenten und Spender. Macht's gut, may the source be with you und bis bald. Ciao.